Herzlich Willkommen bei uns auf dem Volvo-Stand, mein Name ist Simon Krappel, ich bin Kommunikationsleiter von Volvo Schweiz. Ich möchte Ihnen die Volvo Ocean Race Edition vorstellen. Wir haben den XC60 neben mir, die ganze Edition beinhaltet aber einen V60, V40 und V40 Grand Cross Country und ebenfalls den XC60. Die Edition beinhaltet ein separates Paket als separate Ausstattung, natürlich im Zusammenhang mit dem Ocean Race. Die Motorisierungen haben wir von dem Modell, das neben mir ist, die neuen 3V Powertrains mit 247 PS und 147 CO2 Ausstoss.